Hallo, hier ist der Martin von ManiMankies, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 22. August 2003 und zwar... Doch, ich bin richtig, ja. Ne, gestern habe ich, glaube ich, das falsche Datum in dieses Video geschrieben. Soll egal sein, unser DAX scheint hier bis jetzt am Wasserfall wieder hochklettern zu wollen, dein Idiot. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns gestern drüber... Wir haben gestern drüber gesprochen, wie sowas aussieht im DAX, wenn er sowas macht. Wir haben drüber gesprochen, wie er sich verhalten würde, wohin er könnte, was seine Potenziale wären. Und wenn wir uns das einfach nochmal vor Augen halten, um es kurz zu fassen, ich hatte gesagt, wenn er Doppelbunden anspielen will, dann drüber über die 650 und dann aber Randala. Dann über 700 klar drüber, rein in 87, 800, wenn nicht sogar 59 zum Montag schon. Wenn wir gucken, was wir da jetzt gesehen haben, ist das ganz schön mau. Es ist ohne Frage nicht nach unten rausgegangen. Ja, ohne Frage. Er ist nicht schwach gewesen. Aber er hat mich oben raus gewissermaßen enttäuscht. Ähm, in der Form, wie er jetzt darauf reagiert. Er hat einen Doppelboden, einen potenziellen Doppelboden stehen. Also, wenn er da so rauskommt wie ihm... Oh ja, ob ich heute Lust habe zu steigen, weiß ich nicht. Gucken wir mal die Shortzone bei 700 an. Oh, Leute, ich fahre es wieder auf Tagestief runterprügeln. Klecker wieder ein bisschen hoch. Nee, guck mal, wie er sonst auf Doppeltief... Guck mal hier, ist auch klassischer Doppeltief. Übrigens hat einer gefragt in einem Chatforum wegen Doppelboden. Und das vielleicht nochmal als Erklärung für den einen oder anderen ist es nicht ganz so klar, wie es scheint. Das Tief muss nicht punktgenau aufeinander stehen. Also, das hier, das Tief und das Tief ist auch ein Doppelboden im DAX. Definitiv ein typischer Doppelboden, so wie der DAX sie baut. Und wenn wir hier gucken, haben wir hier links das Tief im Mai. Oben links in der Ecke vom Bildschirm steht es neben diesem L. Das ist die Abkürzung für Low. 15,6,62. Also, hier oben seht ihr das, ja. 15,6,62. Und dann sehen wir hier unten rechts 15,6,30. Das sind knapp 30 Punkte Unterschied. Das ist aber vollkommen okay. Also, auch so 50 Punkte. Wenn man das sieht, dass der Markt auf dem Niveau, auch mit dieser Lunte, die er dann unten quasi dran hat, an der Kerze, das quasi bestätigt, da sich hochdrückt, das sind Doppelböden. So sehen die aus. Und selbst das hier könnte man sogar auch als Doppeltop werten, weil ja die Kerze vom Schluss hier wieder drunter gezogen wird und wieder runterverkauft wird. Ja, das ist jetzt ein bisschen gröber ausgelegt. Da würde ich vielleicht auch nicht unbedingt Doppeltop zu sagen. Aber rein von der Grunddefinition würde es noch als solches durchgehen. Ja, weil da jemand gesagt hat, Martin, der war doch hier gar nicht am Tief dran, da haben doch 12 Punkte gefehlt. Das ist vollkommen okay. Also, auch für die Zukunft gleich mal merken, Doppelboden oder Doppeltop, das muss nicht punktgenau übereinander liegen. Ja, also, auch bei den Tops halt. Auch wenn wir sagen, wir erwarten Doppeltop oder sowas, der darf doch ruhig 10 Punkte, 20, 30, 40, 50 auf Tagesebene vorher drehen. Das wäre vollkommen legitim. Aber, wenn wir jetzt hier mal gucken, wie hat er auf den Doppelboden reagiert? Grüne Kerze, volle Pulle durch, nächsten Tag aufwärts, gelb volle Pulle durch und die komplette vorherige Abwärtsbewegung ausgekontert. Das ist so ein bisschen das, was ich auch beschrieben habe. Wieder hoch bis hierher. Es ist etwa das Gleiche. Hier sehen wir, wie hat er das gemacht? Er hat es super gemacht. Wie sehen wir hier? Hier ist jetzt nicht unbedingt ein Doppelboden, aber ein neues Tief, was direkt angekontert wurde. Ja, er hat unten auch eine Umkehrkerze gestellt und zack, 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 Pulle, mach er zurück. Also die Kerze ist dann quasi die, die geschoben hat. Das hier, boah, ich weiß nicht. Mir ist das zu schlecht. Also, ich habe auch im letzten Update geschrieben an unsere Premium-Leute, den Tagesschluss oberhalb von 6,50, fände ich kritisch für den Dienstag. Oder was heißt kritisch für den Dienstag? Der Tagesschluss über 6,50, deutlich über 6,50 würde für mich implizieren, dass er nochmal versucht, die 700 anzulaufen am Dienstag. Wenn er aber unter 6,50 stießt, allerdings habe ich nicht gewollt, dass er genau auf 6,50 stießt, also 6,48 ist genau auf 6,50. Die 1,12 Punkte, die da fehlen, das ist ein Tagesschluss auf 6,50. Das darf man hier aufrunden. Wäre der jetzt bei 6,20 gewesen, hätte ich gesagt, komm, go, Feuer, unten raus. Der macht nochmal ein neues Tiefhörner. Der holt uns die 200-Tage-Linie jetzt am Dienstag. Aber das ist so richtig zwischen Stühlen abgeparkt, weil die 6,50 ist ja wichtig. Das ist das Vortageshoch gewesen. Und wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, war das ja nicht bei 6,50. Ich habe nur aufgerundet. Das war hier auch bei 15, 6, 48, 16. Ihr seht es oben links. Da, ja, guckt nochmal hin. Das Tageshoch hier. Und das ist jetzt unser Tagesschluss. Das heißt, er hat exakt auf dem Tagesschluss vom Vortag geparkt. Das ist so richtig, kann alles, kann nichts. Da haben wir auch gerade im Chat geschrieben. Das hat er extra gemacht, um mich zu ärgern, weil dann die Analyse wieder länger wird, weil ich jetzt so oben und unten mir wieder den Mund fusselig reden muss. Aber wir gehen mal auf zwei Stunden runter. Wir hatten, könnt ihr euch erinnern, am Donnerstag gesagt, mir würde nicht gefallen, wenn der Dachs am Freitag auf die 200-Tage-Linie zuläuft. Mir würde auch nicht gefallen, wenn er am Montag, ich würde es eher für einen Dienstag erwarten. So, jetzt haben wir was gesehen. Wir haben jetzt gesehen, dass er am Freitag schon mal unten geschnüffelt hat. Er hat unten die letzte Marke abgearbeitet. Das war die 4,60. Die ist jetzt weich. Das heißt, die würde beim nächsten Kontakt bestimmt dann auch nachgeben, auch wenn nicht direkt. Aber sie ist jetzt weich. Und wenn unser Dachs jetzt zum Dienstag wirklich abkippen sollte, dafür brauche ich aber bitte auch ein zügiges Unterbieten von 6,30. Idealerweise auch von 600. Ein zügiges Unterbieten von 6,30 und 600, vielleicht per Stundenschluss, von 8 zu 9 oder von 9 zu 10 würde mir hier schon reichen als Signalgeber, dass wir noch mal unten unter den, unter des Montagstief drunter schrubben. Neues Wochentief generieren. So, und dann wird er hier irgendwo reinstellen, am Vormittag, je nachdem wie sportlich er unterwegs ist, könnte das sogar schon ein Tief auf 4,60 werden. Und wenn er dann über den Mittag noch mal hochkommt und er haut sich zum Nachmittag drunter, dann kriegt er die 3,60 noch voll. Aber, da wir auf 6,50 geparkt haben, wirklich der Marke zwischen den Stühlen, dann möchte ich das nicht wundern, wenn der hier einfach jetzt rummeiert zum Dienstag. Einfach dazwischen noch mal eine Runde zur Seite läuft, vielleicht noch mal oben über, so hoch drüber guckt, hier 7,20 anrennt, 7,20 bis 7,50 und dann einfach wieder zurückfällt auf 6,10, 6,20. Ich glaube, das wird fast hier am besten, auf den Tagesschuss würde das fast am besten reinpassen. Also ich würde, wenn unser DAX schwach reinkommt, wirklich schwach, zügig sich unter 6,30, 600 runterballert, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier unten erst mal noch mal neue Tiefs kriegen, im Bereich um 5,60, 5,50 mit der Option auch, die 4,60 noch mal anzuschießen. Da muss man gucken, wann erreicht er die 5,50, wie schnell. Umso schneller, umso tiefer kann er kommen. Wenn er erst um 11, um 12 hier unten reinkommt, dann wird es auch nichts. Aber wenn er wirklich schon um 9, 9,30 vielleicht hier unten unter 5,50 steht, dann ist da ein bisschen mehr über einen Tag auch möglich. Dann würde ich schon unten raus Chancen geben, aber ansonsten glaube ich, wird das eher ein Seitwärtsgemerk. Also so aus der Situation heraus, wenn da kein Stoff reinkommt, wenn er zu langsam rummehrt, dann werden sie den hier noch mal drüberheben. Um 7,20 bis 7,50 wahrscheinlich von dort auch wieder nach unten wegdrehen, noch mal wegdrehen. Wir haben auch hier noch, also das geht ja dann weiter, wir haben 7,80, 800, das ist auch nochmal eine richtige Version. Er würde dann von hier oben wahrscheinlich runterdrehen und dann wahrscheinlich zum Mittwoch die ganze Schoße nochmal machen und erst am Donnerstag dann nochmal rumzaubern. Aber das sieht für mich jetzt ein bisschen seitwärts aus. Positiv überraschend würde mich, wenn er per Aufwärtsgep über 700 eröffnet oder wirklich richtig doll rausplaut, dass wir wirklich 9,30 Uhr schon 7,30, 7,50 stehen. Dann würde ich ihm zutrauen, dass er das vom Montag nachholt und Richtung 8,50, 900 läuft. Aber so mit dem Tagesschluss, das sieht so ein bisschen nach Arbeitsverweigerung aus. Würde mich nicht wundern, wenn das ein Zeitwärts-Tag wird. Ich denke, kriegt er wirklich nur aufgeberstet, wenn er am Anfang gleich Tempo reint. Ansonsten sollten die Ziele unten klar sein, wenn wir Schwäche sehen. Gerade so die 550, 5,60, guck da mal hin. Das würde jetzt gut reinpassen. Hier mal reinstechen, wieder zurück. Ich denke, da kann man sich schon die ersten paar Punkte holen oder eben auch sicher, wenn man einen Short drin hatte, dass man dann ein paar Teilverkäufe holt. Als Ziele habt ihr die 4,60 noch am Blick hier unten. Beachtet auch, dass das ein kleiner Doppelboten in der Erstreaktion noch mal werten kann. Auf kleiner Ebene, auf Stundenebene. Und unten die 3,60, die 200-Tag-Linie, die habt ihr da auch am Blick, wenn es weiter runter geht. Und wenn wir oben rausgehen, rechnet mal einfach damit, dass wir 7,20, 7,50 noch mal rumhampeln. Spätestens aber 7,80, 8,80 auch noch mal einen auf die Nase kriegen würden. Selbst wenn er sich schnell rausdrückt. Wenn er komplett aggressiv rausgeht, bei Aufwärtsgep, dann geht er in die 7,80, 8,100 rein, macht von dort irgendwie einen Rücklauf, wahrscheinlich auf das Hoch vom Montag, dreht sich danach wieder hoch und läuft Richtung 9,50 weiter. Bullisches Szenario, negatives Szenario, seitwärts, alles besprochen, guckt rein, guckt euch an, wie ihr startet, dann könnt ihr schon die Hälfte ausschließen. Dann seht ihr schon, wie da drauf ist. Und dann mitgehen. Ich würde damit hier beenden, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Warte.